Nils! Nils! Nie hat ein Fuchs bei uns seinen eigenen Namen bekommen. Aber Smyrra hat ihn sich verdient. Was ist das? Ein Bild scheint dich abzuhören. Au? Du bist wirklich ein Nichtsnuss. Und denk dran, Smyrra ist in der Gegend. Also pass auf die Gänse auf, wirst du? Ich werde dich nie, nie, nie wieder sehen, ihr Zeiger sein. Ich schwöre, ich krieg dich. Hast du es für den Hauskobold? Du kannst vielleicht Fragen stellen. Ich bin geschrumpft. Was willst du? Du bleibst hier! Du musst sofort hinterher fliegen und Nils zurückholen. Er könnte sich ändern, wenn er mit uns fliegt. Ich will mit euch fliegen! Dann müssen wir nur der Gans fragen, um Nils zu finden. Wo sind die Gänse? Auf der großen Nervenzerlichtung! Sollte die verzauberte Person Nils Haarpunkt nicht binnen der Frist bis zum Ende des Sommers zurück in voller Größe an ihrem angestammten Wohnsitz sein, wird das Urteil mit sofortiger Wirkung vollstreckt. Das ist Nils Schuh. Nur viel kleiner. Es war Nils, der mir gesagt hat, wo ich euch finde. Was? Hey Nils! Sag ihnen, dass das nicht stimmt! Das! 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 Der Wind, die heut weh, hoch in den Norden und Weiten. Ins Land, wo die Sonne niemals untergeht. Komm, flieg mit uns, wir sind wild, wir sind frei. Du erlebst Abenteuer und die Welt fliegt vorbei. Nur der Mutige wird von Schicksal belohnt. Komm mit uns auf die Reise, Nils Holgersohn. Komm mit uns auf die Reise, Nils Holgersohn. Was fällt dir ein, meinen Freund einen Verräter zu nennen? Ich debattiere nicht mit einer dummen Gans. Gib den Zwerg raus. Nein, Smidde, Nils ist jetzt einer von uns. Er gehört zu meiner Gruppe und damit kann ich ihn dir unmöglich ausliefern. Acker. Das stimmt, ich habe ihm gesagt, wo er ich flinden kann. Nils. Nils. Es tut mir leid. Smirre wollte mich fressen und ich habe gedacht, ihr seid gar nicht mehr da. Unsinn, liefert den Verräter aus, Acker. Denn der Smirre uns für immer in Ruhe. Ja. Ausliefern. Ausliefern aus, liefern aus, liefern aus, liefern aus, liefern aus, liefern aus, liefern aus. Tja, sieht so aus, als wären wir uns einig. Ihr behaltet euer Leben und ich behalte Nils Holgersohn. Nein, du kennst meine Entscheidung. Genug gequatscht. Ihr habt noch genau zehn Sekunden, um hier zu verschwinden, sonst... Wir sind uns fressen! Schnell weg! Nein, ich freu mich nicht! Du kannst ja nicht hier bleiben! Eins. Schuhe los! Zwei. Zwei. Drei. Vier. Los! Los! Was schreckst du so? Ich krieg dich ja dort. Halt! Nein, lass mich los! Vorsicht! Vorsicht! Wir sehen uns noch! Du entkommst mir nicht! Tschüssi! Ein guter Junge verrät seine Freunde nicht. Warum hast du mich nicht einfach da gelassen? Soll der Fuchs mich doch fressen? Das wäre die gerechte Strafe für einen Verräter wie mich. Danke, dass du mich gerettet hast. Vielleicht bin ich ja eine dumme Gans. Aber ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Ich darf gar nicht daran denken, was Mats passiert wäre, wenn... Wenn ich der kleine Mensch gewesen wäre, der auf der weißen Gans saß? Ich weiß, das klingt verrückt. Und Johann glaubt mir auch kein Wort, aber ich schwöre, so war's. Hier, was zu essen für unterwegs. Vielen Dank. Für alles. Wohin willst du denn überhaupt? Na, ich... Ähm... Ich hab eine Verabredung. Im Norden. Und da fährst du ganz allein hin, sag mal? Na, ich bin ja nicht allein. Ich hab doch Alfred. Ich... Ich glaube, er heißt Nils. Wen meinst du? Der kleine Mensch, den sie gesehen haben. Ach, wie sind Sie hier reingekommen? Was wollen Sie denn schon wieder? Frage 1 tut nicht zur Sache, ich bin hier nur für Sachfragen zuständig. Zu Frage 2, ich habe Informationen von der Kobold-Innung. Ach, falls Sie wissen wollen, wo Nils ist. Ich arbeite dran, ihn zurückzuholen. Meines Erachtens haben Sie doch den Fragebogen schon ausgefüllt. Aber warum sollte ich jetzt noch eine Frage stellen? Denn das ist doch völlig unsinnig. Was will Ihnen denn dann von mir? Nun, wenn der Wichtel Nils Haarpunkt am vereinbarten Stichtag wieder zurückkommt, ist immer noch nicht sicher, ob Sie ihn auch zurückverwandeln können. Die Zauberformel für die Rückverwandlung finde ich in- und auswendig. Möchten Sie vielleicht eine Tasse Tee? Die Rückverwandlung ist laut Kobold-Innung nur dann möglich, wenn Nils bis dahin ein guter Junge geworden ist. Und der Junge, was heißt das denn? Wenn ich mir mal eine überflüssige Bemerkung erlauben darf, Sie sind fast 400 Jahre alt, da sollten Sie eigentlich auf einem ausreichenden Kenntnisstand sein, um sich diese Frage selbst zu beantworten. Aber warum muss der Junge erst ein guter Junge geworden sein? Das geht aus meinem Infomaterial jetzt nicht hervor, sonst wäre es ja Belehrungsmaterial, aber hier steht ausdrücklich Info. Nils wird ein guter Junge, das spüre ich in meinen alten Knochen. Moment, ich kriege da gerade was rein. Aus dem Internet? Nils Holgersen hat die Gänse verraten, mit denen er unterwegs ist, an den Fuchs Mürre. Mist. Ich nehme das mal so zu Protokoll. Mist. Es geht mir gut. Niemand wurde verletzt. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts zu sehen. Warum liefern wir ihn nicht an Smirre aus? Dann lässt er uns in Ruhe. Wenn ich auch nur einen von uns abgebe, schwäche ich die Gruppe. Ja, aber jetzt schwächt Smirre die Gruppe. Der wird sich noch den einen oder anderen von uns holen. Weißt du, was am wichtigsten ist, Smirre? Vertrauen. Ich wollte es dir ja sagen. Und es tut mir wirklich leid. Echt. Aber als Smirre da auf mir stand, mit seinen Zähnen, er wollte mich fressen. Gut gemacht, Martin. Ja, fand ich auch. Obwohl, gestern bin ich noch ein bisschen besser gelandet. Ich meine, dass du Nils vor Smirre gerettet hast. Was? Ach so, ja, das auch. Ja, aber das ist ja... Ich meine... Klar doch. Ein Sturm zieht auf. Wir haben schon genug Zeit verloren. Wir fliegen weiter. Alles weg! Versuchen, zusammen zu bleiben. Fliegt auf sich! Zusammen bleiben! Wir fliegen auf sich! Wir fliegen auf sich! Wir fliegen auf sich! Wir fliegen auf sich! Ja, aber ich sehe so gut wie nichts! Alfred! Alfred! Es war ein entsetzlicher Sturm. Einmal ums andere versuchten, die Wildgänse umzudrehen. Aber es war ihnen nicht möglich. Und sie wurden immer weiter auf die Ostsee hinausgetrieben. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als nachzugeben. Wenn wir uns verlieren, treffen wir uns auf Wutland! Bei den Rauhkaren! Immer nach auf Wutland liegen! Wo? Wohin? Ich hab nichts verstanden! Hey, Fusi! Wo treffen wir uns? Ich hab's nicht verstanden! Kein Problem! Auf Wutland! Wir treffen uns auf Wutland! Was soll das denn sein? Nach Nordwesten! Nordwesten! Hört ihr! Hä? Festhalten! Ah! Ah! Ich weiß nicht recht, Martin! Ich hab irgendwas von Rauhkars gehört! Nein, nein, nein! Fusi hat Wutland gesagt! Ganz sicher! Aber Wutland liegt überhaupt nicht auf dem Weg! Und da gibt es auch keine Rauhkars! Und warum sagt Fusi denn dann, dass wir uns da treffen? Weil er uns loswerden will! Vertraut mir einfach! Was? Ich habe dir schon einmal vertraut! Ach, Martin! Glaub mir endlich! Ich wollte euch nicht verraten! Ich bin so erschöpft! Ich bin so erschöpft! Martin, jetzt die Schlapp machen! Wir müssen weiter da rüber! Nach Osten! Da liegt Gotland! Und da gibt es noch Rauhkars! Bitte glaubt mir! Martin, jetzt die Schlapp machen! Du schaust aus! Ich... Ich kann gleich nicht mehr! Nils! Boah, das muss ja echt ganz schön geregnet haben! So viel Wasser! Das ist die Ostsee! Hä? Ostsee! Da! Die Felsen da! Das sind die Rauhkars! Rauhkars? Was du alles weißt! Da sind sie! Das sind unsere Gänse! Na, Kusi? Überrascht uns zu sehen? Ihr? Ich... Dürfte ich dich mal kurz sprechen, Kusi? Allein, wenn's geht! Oh! 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 Danke, Kusi, für die ehrlichen Worte! Oh, weh! Mein schöner Würzel! Hm! Nils! Ich hab mir solche Sorgen gemacht! Aber ihr habt es geschafft! Ich glaub nicht, dass sich alle darüber freuen! Ich... Ich bin ein Verräter und... Ich kann's ihm gar nicht übel nehmen! Die Gänse haltet zusammen und... Ich bin halt ein Mensch! Smirra hätte dich gefressen, wenn du ihm nicht gesagt hättest, wo er uns findet! Ja, aber... Er ist sehr böse! Jeder hätte sich so verhalten wie du! Danke! Aber enttäusch mich nicht noch einmal! Wir müssen uns vertrauen können! Wenn du einfach so überrascht Montreal ... Ich würde die Stöhnen wegfragen! Saft Rund? Allerdings! Ach... Sie schon wieder! Wie sehen, nutzen Sie Ihnen verbliebene Zeit, um dem Bauern einen Weg zur Hand zu gehen? Natürlich, so wie ich die letzten 300 Jahre gemacht habe und auch die letzten 300 Jahre machen werde. Was denn? Nils wird als guter Junge zurückkehren, das spüre ich. Wie wär's mit einem Stück Kuchen? Den hat die Bäuerin für mich gebacken und auf einen Teller gestellt. Weil meine Arbeit hier so geschätzt wird. Mit Rosinen. Dazu eine schöne Tasse Tee. Formularblatt G-23, eine neue Verordnung. Hab hier ein Schlückchen Apfelschnaps selbst gebrannt. Aus dem Formularblatt geht hervor, dass Nils H. die Hausgans Martin, im folgenden nur Martin genannt, unbedingt zurückbringen muss. Was? Andernfalls kann er nicht zurückverwandelt werden. Die Gans mit zurück? Warum denn? Steht hier nicht. Hier steht nur, dass er sonst nicht zurückverwandelt werden kann. Was ja bedeutet, dass... Ich sonst meine Lizenz verliere, bla bla bla, ich kann schon nicht mehr hören. Dann soll halt mit der Gans zurück. Wird der wohl nicht so schwer sein. Oder doch? Nun, die neuesten Entwicklungen geben Anlass zur Vermutung, dass Martin vielleicht nicht zurückkommen will. Die neuesten Entwicklungen? Hormonelle Entwicklungen. Oh, Löwenzahn. Hallo, Daunenfein. Hallo, Martin. Hallo, daunenfein. Alfred? Alfred? Alfred! UNTERTITELUNG Was machst du hier so alleine in dieser einsamen Gegend? Ich suche mal einen Hund. Haben Sie ihn gesehen? Nein, ich habe keinen Hund gesehen. Aber wenn du mitfahren willst, komm rein, du musst auch nichts bezahlen. Ich gehe hier nicht weg ohne Alfred, aber vielen Dank. Alfred! Alfred! Halt! Anhalten! Warten! Halten Sie den Bus an! Da ist mein Hund drin! Halt! Alfred! Oh Mann, Alfred. Ich habe dich so vermisst. Ein blinder Passagier. Ich habe ihn wirklich nicht bemerkt. Was ist? Willst du jetzt mitfahren? Vielleicht ein Stückchen weiter nach Norden? Fahren Sie überhaupt in die Richtung? Ja, sicher. Meine Tour führt immer weiter nordwärts. Na dann. Alfred, was machst du denn für Sachen? Ah, ein Mensch! Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Du bist ja viel kleiner als ein Mensch. Ach nee. Was machst du hier so alleine? Oh, der Wind hat mich bei der Landung gegen einen Rauker geworfen. Ich kann nicht mehr fliegen. Meine Gruppe ist ohne mich weiter. Ich seh mal nach. Na komm. Vorsicht! Ich kann mich nicht bewegen. Tu mir nicht weh. Dein Flügel ist ausgekugelt. Mein Vater hatte das auch manchmal. Meine Mutter hat ihn dann immer wieder eingeringt. Ich versuch's mal. Er fasste den Röhrenknochen tapfer an und drehte ihn dahin, wo er hingehörte. Für seinen ersten Versuch machte er seine Sache recht schnell und gut. Aber es musste der armen Gans doch sehr, sehr wehgetan haben. Au, au, das tut ein bisschen weh. Denn sie stieß nur einen einzigen gellenden Schrei aus und sank dann, ohne noch ein Lebenszeichen von sich zu geben, auf die Steine nieder. Dornfein? Hörst du mich? Dornfein! Sag was! Oh nein. Ich hab sie umgebracht. Martin! Martin, ich muss... Ist das nicht der wunderbarste Sonnenuntergang, den du je gesehen hast? Oh. Ich muss dir was sagen, Martin. Warst du schon mal verliebt, Nils? Ich... Wenn sich das so anfühlt, als hätte man im Flug den Schnabel aufgemacht und dabei tausend Schmetterlinge verschluckt und die flattern jetzt alle in meinem Bauch herum und kitzeln mich da und da und da. Ja. Ja, genau so fühlt sich das an. Ach. Was wolltest du mir denn sagen? Gute Nacht, Martin. Willst du denn nicht unter meinen Flügel? Nein. Heute nicht. Ist... Ist ja nicht so kalt. Mhm. 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 Daunenfein, oh daunenfein, gleich bin ich mit dir allein. Daunenfein, daunenfein, wo bist du? Ist sie nicht mehr da? Das verstehe ich nicht. Ich dachte, sie mag mich und wartet hier auf mich. Vielleicht mochte sie mich gar nicht so, wie ich sie. Doch, Martin. Klar mochte sie dich. Ja, aber warum hat sie denn da nicht gewartet? Das ist alles meine Schuld, Martin. Was? Gestern, dass du nicht da warst, da hab ich... Ah. Daunenfein. Ah. Und ich dachte schon, du wärst... Ich hab gebadet. Gebadet. Endlich. Mit dem kaputten Flügel ging das ja nicht. Oh, du bist wieder gesund. Nils hat mir den Flügel wieder eingeringt. Es hat so weh getan, dass ich in Ohnmacht gefallen bin. Ui. Ohnmacht. Dr. Holgersohn, was? Ah. Warum hast du denn nichts gesagt? Dürfte ich mal erfahren, was hier los ist? Was fällt euch ein, die Gruppe zu verlassen? Ha? Und wer bitte ist das da? Ja, das, ähm... Reicht das hier bis nach Stockholm? Ha, natürlich nicht. Tja, aber ich mache Ihnen ein fantastisches Angebot. Wir haben eine Goldmine entdeckt und ich beteilige Sie daran mit einem halben Prozent. Sie werden ein reicher Mann sein. Na los, setzt euch. Hör mal, Bo. Was ich dich fragen wollte. Könnte ich auch ein halbes Prozent von der Goldmine kriegen? Per, du bist mein Freund. Klar bekommst du ein halbes Prozent. Weißt du, was du kriegst? Sogar ein ganzes Prozent. Ich bin ja so glücklich, dass ich bei euch mitfliegen darf, Martin. Na, und ich erst. Ich bin so glücklich. Und das ist noch glücklicher als du. Nein, nein. Ich bin nämlich so glücklich. Aha, und ich bin so... Sehr gut. Ihr seid beide so glücklich. Das haben wir jetzt alle verstanden. Jetzt darf dieses Weib auch noch bei uns mitfliegen. Was findet Martin an der Bloß? Gut. Sie hat einen schlanken Hals, ist unfassbar hübsch und hat die schönsten Schwanzfedern, die ich je gesehen habe. Ach! Aber zählen innere Werte denn gar nichts mehr? Schnabel halten, Gusi. Guck gefälligst nach vorne beim Fliegen. Entschuldigung. Er wieder. Landung, Klappen, raus! Was soll das denn für eine Landung? Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Hast du das auch gesehen? Äh, äh, habt ihr das gesehen? War das wirklich Martin? Habt ihr das gesehen? Was machen Sie da? Lassen Sie das! Mach schon, Peer. Komm. Schönen guten Tag, der Herr. Bitte eine kleine Spende. Danke, sehr freundlich. Danke, danke, danke. Wir wissen das zu schätzen. Oh! Die Bestie. Weg hier. Ich glaube, Martin ist verliebt. Der? 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 Nicht schlecht, was? Wahnsinn, wie blöd, die Bauern. Oh ja, sehr blöd. Was hast du? Ich? Geklaut? Na, nichts. Und warum? Nicht? Na, weil ich reich bin. Schon vergessen? Unsere Goldmine. Ja, hast du recht. Hab ich vergessen. Bo, könnten wir uns jetzt nicht doch mal ein Taxi leisten? Kommt nicht in Frage. Wir sollten das Geld gut anlegen. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Hallo, Nils. Du kennst mich? Dich und deine Steinschleuder. Dich und deine Steinschleuder. Das tut mir leid. Ich habe eine Menge Mist gebaut, bevor mir das alles passiert ist. Bist du gekommen, um dich zu rächen? Nicht doch. Ich habe eine Nachricht vom Kobold. Er ist bereit, dich zurückzuverwandeln. Echt? Ich kann wieder groß werden? Unter zwei Bedingungen. Welche? Erstens, du musst zum Holgersohnhof zurückkommen. Okay, und die zweite? Du musst Martin wieder mitbringen. Er gehört auf den Holgersohnhof. Der wird bestimmt mitkommen. Danke, Rabe. Ich heiße Bataki. Martin! Martin! Sei dir mal nicht so sicher, dass dein Freund dich begleiten wird, Kleiner. Ich will auch ein Würstchen. Nein. Nur eins. Nein. Nein? Nein. Du bekommst nichts ab, weil du wieder nichts organisiert hast. Ja, aber ich fall gleich um vor Hunger. Nein! Du, Bo, äh, wie viele Würste bekommt man wohl für einen gefangenen Wichtel? Einen Wichtel? Tja, wenn du so ein Exemplar fängst, die sind ja ganz selten und sehr scheu und daher schwer zu fangen. Ich glaube, da wird schon eine Menge rumkommen. Wenn du einen hättest, warum fragst du? Na, weil ich einen habe. Deswegen. Du hast eine Halluzination. Äh, ist das da eine Hallizuna? Na, was du eben gesagt hast. Und da soll jetzt ein Wichtel drunter sein. Und da soll jetzt ein Wichtel drunter sein. Ich... 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 Zeig mal her. Oh, ein Wichtel. Sag ich doch. Nimm das! Ist frech, der Kleine. Ja. Ich bin kein kleiner Daz. Und? Ungezogen. Wir haben ein Wichtel. Weißt du, was das bedeutet? Viele Würste. Heißt das, du hast Nils alleine in den Wald gehen lassen, Martin? Daunenfein und ich, wir haben... Wir waren beschäftigt. Ach, ich hätte mehr auf ihn achten müssen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Hey, wenn Nils was passiert. Wir müssen ihn suchen. Was ist mit dir? Geht's dir nicht gut? Gorgo, du musst dich zusammenreißen. Gorgo! Clement, das war's. So, Gorgo. Der Ruhr fliegst bei mir raus. Du wirst bei mir nicht mehr auftreten. Aber er war viele Jahre lang unsere Hauptattraktion. Der Zuschauermagnet überhaupt? Jetzt ist er nur noch ein Klotz am Bein. Ich meine, es wäre ja wohl noch schöner, wenn ich ihn hier durchföttern würde. Und was soll mit ihm passieren? Was schlagen Sie vor? Was weiß ich? Lass ihn doch einfach hier. Das wäre sein sicherer Tod. Er kann nicht mehr jagen. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, wer wird dich ersetzen? Entschuldigung, wir wurden zufällig... Ich bin zufällig Zeuge Ihrer Unterhaltung. Ich nehme an, Sie sind der Direktor. Clement, halt mal dieses Gesindel vom Leib. Sehr bedauerlich. Wo wir doch die neueste Attraktion für Sie haben. Lass mich hier runter. Ihr sollt mich runterlassen. Nein, 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 nein. Hör nicht auf ihn, Bo. Das ist ein Trick. Wenn du das machst, rennt uns das Böschchen weg. Ja, danke für den Herd. Ihr beide seht ein bisschen abgemagert aus. Ich meine, findest du nicht auch, Clement? Pusten. Okay, passt. Huh. Ich meine, wie viel wollt ihr denn für den Wichtel haben? Ich dachte da an eine Summe von so viel. So. Nils. 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 Nils, bist du da? Nils. Hier sind seine Fußabdrücke. Kann ich euch irgendwie helfen? Ein Fuchs. Smirre. Keine Angst, er kann nicht über den Bach. Nein, du kannst uns nicht helfen. Oh, schade. Ich helfe so gerne. Eurem kleinen Freund Nils konnte ich auch helfen. Du hast Nils gesehen? Wo ist der Sarg schon? Er hat so darunter gelitten, ein Wicht zu sein. Da war es doch eine Erlösung für ihn, dass ich... Oh, nein. Nein. ...dass ich ihn gefressen habe. Nils. Ich will doch nur, dass ihr hier nicht stundenlang umsonst zu... Da wäre auch mal ein Danke angebracht. Es ist meine Schuld. Er war mein Freund. Mein bester Freund. Er war fast... wie mein Sohn. Jetzt bist du ganz allein, Nils Holgersohn. Viel Spaß. Hm, endlich zufällig. Hallo. Guten Tag. Ein großes Unglück wird geschehen. Freude der Köter! Das war mein Stehen! Wie ist das? Ach, verdammt, allein! Wer bist denn du? Na, ich? Was willst du hier? Ich wollte doch nur... Pass mal auf, dass ich dir nicht zulass... Was hältst du hier? Komm, Alfred. Lass uns hier weggehen. Komm mal, Alfred. Weitermachen. Weiter geht's. Das ist dein neues Zuhause. Tja, was du hier siehst, kommt alles aus meiner Heimat. Aus Lappland. Ich kann hier nicht bleiben. Ich muss zurück nach Hause. Tu mir einen Gefallen und versuch nicht zu türmen, sonst macht mich der Direktor dafür verantwortlich. Bitte, versprich mir, dass du nicht wegläufst. Ich heiße Clement. Und du? Nils Holgersann. Weißt du, ab jetzt wirst du unsere Hauptattraktion in den Vorstellungen sein, Nils. Als Ersatz für Adler Gorgo, der nicht mehr auftreten kann. Warum nicht? Er sitzt nur noch so da. Wie damals, als wir ihn gefangen haben. Da saß er auch nur so da, zwischen lauter Gänsen. Ui. Er war wahrscheinlich so mit Gänsen vollgefressen, dass er nicht mehr fliegen konnte. Nein, Gorgo hat keine einzige Gans angerührt. Ich hatte sogar das Gefühl, dass sie befreundet waren. Irre nicht? Den Adler würde ich gerne mal kennenlernen. Du verstehst dich gut mit Gänsen, hm? Komisch, ich auch. Ein paar meiner Freunde sind Gänse. Die fliegen gerade ohne mich in den Norden. Martin, Dauernfein und Acker. Acker? Acker von Kebnik-Heise? Ja. Kennst du sie? Acker hat mich großgezogen, nachdem meine richtigen Eltern verschwunden waren. Sie ist sowas wie meine Mutter. Wie geht es ihr? Erzähl! Nils Söner, du magst Gorgo, oder? Es geht ihm schlecht. Ich weiß. Was war er für ein stolzes Tier, als er zu uns gekommen ist. Aber jetzt? Ein Adler muss frei sein. Er gehört nicht eingesperrt. Ich auch nicht. Ich will frei sein. Ich will zu meiner Familie zurück. Ich will auch zurück zu meiner Familie. Ich brauche meine Freiheit. Was machst du denn hier? Ich wollte Geld verdienen. Und zufällig kam der Zirkus vorbei. Aber der Direktor zieht mir den Lohn gleich wieder ab. Für Kost und Logis. Und ich kann nicht ohne Geld nach Hause kommen. Das geht doch nicht. Ich halte sie nicht mehr aus. Ich verschwinde von hier. Und das solltest du auch tun. Klement! Was machst du denn da? Plauder, stündchen mit Zwerg und Adler? Ich meine, Zeit ist Geld. Also mach dich an die Arbeit, du Sami-Trottel. Los, dali, dali! The show must go on. Mein kleiner Star, ja. Nein, wir haben nicht das allerkleinste Zeichen von Nils. Und wir auch nicht von Orsa. Ich bete zu Gott, dass beiden nichts passiert ist. Ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus. Ich hoffe, du hast gute Nachrichten für mich. Ich fürchte, nein. Nils ist tot. Tod? Das ist das Ende. Nicht ganz. Nils Haarpunkt lebt. Bei der Meldung seines Todes handelt es sich offenbar um eine gezielte Fehlinformation eines gewissen... ...Mürre. Nils lebt? Dann kann ja doch alles gut werden. Nun ja, der Junge wurde an einen Zirkus verkauft. Nein. Viel Glück, Nils. Und du leb wohl, Gorgon. Halt, ich bekomme da gerade eine neue Information rein. Nils Haarpunkt ist wieder frei. Und? Kein Kuchen heute? Schnäpschen? Grüß Acker von mir, ja. Die kannst du selber grüßen. Komm einfach mit mir mit. Ich kann nicht. Breite einfach deine Flügel aus. Und los geht's. Du bist doch ein stolzer Adler. Ich war mal ein stolzer Adler. Adler fliegen am Himmel. Aber ich hab schon lange keinen Himmel mehr gesehen. Du musst einfach nur hochsehen. Da ist der Himmel. Am besten jetzt sofort. Bitte, Gorgon. Na, los. Was macht denn der Zwerg da draußen? Komm jetzt, flieg schon. Du bist nicht mehr im Käfig. So geht das nicht. Los, Gorgon. Du wirst hier nicht bei mir gespielt. Aber am ersten Tag gleich abhauen. So läuft das nicht. Du kannst es. Du bist ein Adler. Zeig dir mal, wer der Boss ist. Bleib schön bei dir. So. Jetzt hab ich dich. Gorgon. Du kannst ja fliegen. Gorgon. Klima. Mit stolzen Flügelschlägen stieg Gorgon hoch zu den Wolken empor. Ja. Gorgon konnte wieder fliegen. Und wie er wieder fliegen konnte. Das ist noch kein Fliegen. Das hier ist Fliegen. Ja. Hey, ich kann fliegen. Der Junge hatte große Angst. Denn der Flug licht der Fahrt mit einer Achterbahn. Und doch musste er gleichzeitig aus vollem Herzen lachen. So groß war sein Vergnügen. Wohoh. 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 Das Tor zu Lappland. Es ist nicht mehr weit bis zum Brutplatz. Wir sind bald da. Wir haben es geschafft, Martin. Es ist wunderschön. Ich wünschte, Nils könnte das sehen. Darf ich einen Versuch unternehmen, deine Laune ein bisschen zu bessern, Martin vom Holgerssonhof? Du kannst es ja mal versuchen. Du wirst Vater! Was? Du meinst, ich meine... Wir werden Papa, Mama, Eltern? Juhu! Aber das ist ja... Das ist ja... Juhu! Nichts... können sie darauf spielen ein wenig aber ich hoffe bald wieder besser wenn ich nach lappland zurückkommen und was willst du hoch im norden ich suche einen freund er ist jetzt ich hatte ihm gesagt dass ich ihn nie wieder sehen will aber das war ein fehler ich habe gerade ein nils kennengelernt ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nicht hier er ist mein großer held wie ist denn dein nils er ist nur ein junge den ich mag sehr sogar nils ich kann nicht zu acker wir müssen zurück zu den gänsen acker und ich wir wir hatten einen schlimmen streit ich dachte sie hätte dich aufgenommen nachdem deine eltern verschwunden waren ich sollte nur noch klee picken und grünes gras du adler und gras fressen sie wollte eine gans aus mir machen aber ich habe das gras immer heimlich ausgespuckt ich habe acker sehr enttäuscht ich kann nicht mal richtig schwimmen du bist ein adler keine gans ich wollte so sein wie sie aber klingt das wie wie eine gans ich habe hunger auf eine spitzmaus das klingt wirklich nicht nach ganz als 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 Dann bleib hier, es geht! Komm, bleib hier! Ossa. Hey, Gorgo. Es war Ossa. Meine... eine Freundin. Und da saß Clement auf dem Wagen. Jetzt kann er endlich nach Hause. Nach Hause. Es ist fast Mitternacht und die Sonne geht tatsächlich nicht unter. Aber woher weiß ich dann, wann unsere Kinder schlafen müssen? Wenn sie behaupten, sie sind noch kein bisschen müde, dann ist es Zeit. Wenn Nils nur unser Nest sehen könnte. Das wäre schön. Endlich waren sie am Ziel. Die Landschaft, das Licht, der Geruch. Alles schien dem Jungen genauso, wie Clement es ihm erzählt hatte. Auch die Lappen waren da, die zur Sommerszeit fast die ganzen Tage und Nächte im Freien zubrachten. Und für ihre Wohnung nichts weiter brauchten, als ihre Zeltstangen fest in den Boden hineinzuschlagen und die Zeltdecke darüber zu hängen. Hallo, Aka. Nils! Nils! Du lebst? Ja, lebe ich. Ich habe dir jemand mitgebracht. Er will unbedingt mit dir reden. Hallo, Mama. Korko. Korko. Mein Junge. Ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Wann schlüpfen die endlich? Ich halte das nicht mehr aus. Ich auch nicht, wenn du weiter so rumläufst. Tu mir den Gefallen und bring mir ein bisschen Löwenzahn. Löwenzahn läuft. Ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Nils? Nils! Nils! Martin! Nils! Mann, wir dachten, du wärst tot und das war nur meine Schuld. Also nicht, dass wir es dachten, sondern dass du tot warst. Aber du warst ja gar nicht tot. Du lebst ja. Du lebst! Wieso lebst du eigentlich? Smirre hat gesagt, er hat dich gefressen. Smirre? Das hätte er wohl gern. Danke, Nils. Warte, 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 warte. Ich muss dir was zeigen, Nils. Bitte daunenfein. Nur einmal aufstehen. Darf ich vorstellen? Meine Kinder. Man sieht's gleich. Ganz der Papa. Ife und das kann man sich wieder sieht. Warte, was ist einige Graaf. Kahver? Wo war mit dir hinteriki auf die relationships en diese Schöne? Welche Frau und followe auch. Und dann wurde sich gut finanziell. Du war warte. Ich war 기다� linken, finde ich? Hörhei, warte mal. Ich hab in meiner ganzen Kitchen. Ich hab mich da geritzt. Ich kannzony, sind dass wir anderen erkennbar sind. Ich hab meinen, meine Mutter... Genseller 대 breasts mit das Kri-kriken. Ich habe kein Geld mitgebracht. Aber, Clement, das ist mir völlig egal. Du solltest mich besser kennen. Die Hauptsache ist, du bist wieder bei uns. Hallo. Hallo, Genossa. Hallo. Setz dich da. Nelia, ich habe dich so vermisst. Das will ich auch. Orsa. Nils. Alfred, weg da. Zurück. Alfred. Zum Glück geht die Sonne hier nie unter. Das trocknet sonst nie. Nils, 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 Nils. Mann, Orsa sucht dich überall. Sie hat sogar ein paar Mal geheult wegen dir. Also, sie ist jetzt nicht geheult wie ein Hund, sondern, du weißt schon, sie ist da hinten. Komm mit, komm. Alfred, sei ein lieber Hund. Komm her. Na los. Komm. Da kommt sie ja schon. Da kommt sie. Nils? Alfred. Wann musst du denn immer abhauen? Nils? Bist du hier irgendwo? Ich spüre, dass du hier bist. Weißt du, wenn es meine Schuld ist, dass du von zu Hause abgehauen bist, dann tut es mir leid. Und ich bin den ganzen weiten Weg von Joni hergekommen, dir zu sagen, dass ich dich wirklich sehr, sehr gern habe. So, jetzt weißt du es. Und es ist mir egal, wie groß oder wie klein du bist. Nils, ich warte auf dich, wenn die Sonne den Horizont berührt. Bitte komm, ja. Ja. Nils, Nils, daunenfein, er holt sich gerade beim Schwimmen. Könntest du hier kurz weiterbrüten? Ich muss unbedingt was essen. Soll ich dir nicht was holen? Nein, ich muss mir mal die Beine vertreten. Diese Sonne, die nie untergeht, das macht mich hier völlig fertig. Sag mal, vermisst du dich manchmal schon und den Hof? Naja, da wurde mir das Fressen immer gebracht. Und die Sonne ging abends unter. Ja, Martin. Ich glaube, wir sollten wirklich bald wieder nach Hause fliegen. Hey, hey, und wenn ein Ei auch nur angeritzt ist, rufst du mich, ja? Klar doch. Gut, 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 gut. Mama, 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 Mama. Äh, nein, das ist ein Missverschnittenes. Mama, 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 Mama. Oh, oh. Mama, 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 Mama. Jetzt mach mal halblang. Siehst du irgendwo an mir Federn? Hab ich einen Schnabel oder warte ich? Mama, 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 Mama. Du bist ganz schön stur. Aber irgendwie süß. So sind wir, Gänse. Der Erste, der etwas zu uns sagt, wenn wir aus dem Ei schlüpfen, dem folgen wir. Jetzt bin ich Gänsemutter, ob ich will oder nicht? Man kann sich nicht immer aussuchen, wann man Mutter wird und wessen Mutter man wird. Gorgon. Kommst du rein? Du bist ja wirklich der größte Lügner weit und breit. Nils lebt. Zum Glück. Sieh an, der Rabe zeigt Gefühle. Nein, wenn Nils tot wäre, könnte ich meine Wette gegen Acker nie gewinnen. Du entschuldigst, ich habe zu tun. Na gut, aber schau mal nach oben. Siehst du den Adler? Der reißt dich in Stücke, wenn du den Gänsen oder seinem Freund Nils zu nahe kommst. Erst wenn ich wieder groß bin. Na, Papa? Na, Mama? Wo ist Ock? Er schläft bei den anderen. Ich hab mal kurz Pause. Ich auch. Wir haben's geschafft, was? Wir sind angekommen. Nochmal wegen Zuhause und schon. Du weißt schon. Ich meine, es ist echt super mit dir und den anderen hier. Aber das kann doch nicht ewig so weitergehen, oder? Ich kann nicht zurück auf den Holgersson-Hof. Warum nicht? Weil ich jetzt frei bin. Ich bin eine richtige Wildgans. Ich hab eine Frau und ich hab Kinder. Na und? Meine Kinder sind Wildgänse. Die sollen doch nicht in Gefangenschaft aufwachsen. Aber ich muss zurück nach Hause. Und ich muss dich mitbringen. Sonst werde ich nie wieder in einen Menschen zurückverwandelt. Und dann muss ich für immer so klein bleiben. Tut mir leid, Nils. Aber ich kann nicht mit dir zurück nach Schonen kommen. Mein Platz ist bei meiner Familie. Die Wochen zogen ins Land. Doch von dem weißen Gänserich sah der Junge in dieser Zeit nicht viel. Denn Martin dachte an nichts anderes, als für Daunenfein und seine Kinder zu sorgen. und wich keinen Schritt von ihrer Seite. Und so wuchs auch in dem Jungen die Sehnsucht nach seinem Zuhause und seiner Familie. Nils kommt schon wieder. Wo er jetzt wohl ist. Mama, spielst du mit uns Fang? Mama! Nein, ich hab dir schon hundertmal gesagt. Ich bin nicht deine Mama. Wieso das denn nicht? Ich heiße Nils. Ja, merk dir das. Nils. Gut, daneben nicht. Wenn du sauer auf mich bist, musst du das nicht an Ock auslassen. Wie kommst du darauf, dass ich sauer auf dich bin? Seitdem ich dir gesagt habe, dass ich nicht mit zurück nach Schonen komme, redest du nicht mehr mit mir. Wenn du reden willst, dann red doch mit Daunenfein. Hey, ich sehe ein, dass du sauer auf mich bist. Aber ich kann nicht mehr auf dem Holgersohnhof leben. Ich bin jetzt eine Wildgans, verstehst du? Ich hab mich verändert. Ja, und ich hab mich auch verändert. Von einem Menschen in einen Wichtel. Und das wird auch so bleiben, weil mein Freund Martin, die Wildgans, mir nicht helfen will. Glaub mir, ich würde dir gern helfen. Aber ich kann meine Familie nicht im Stich lassen. Und ich kann und will auch nicht mehr in Gefangenschaft leben. Hm. Ich kann meine Familie nicht im Stich lassen. Ich hab da vorne einen Hund aufgespürt. Ich dachte, der wollte sich ein paar von den jungen Gänsen schnappen. Ja, und? Schnapp ihn dir einfach. Er hat behauptet, er würde dich kennen und wollte mit dir reden. Alfred! Wo ist er? Ehrlich, Nils? Du hast seltsame Freunde. Alfred? Alfred! 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 Dieser riesige Flattermann hat mir vielleicht einen Schrecken eingejagt. Das ist Gorgor, ein Freund von mir. Ehrlich, Nils, du hast seltsame Freunde. Ossa und ich, wir reisen morgen ab und fahren zurück nach Hause. Komm doch mit uns mit. Ich kann nicht. Klar kannst du. Du musst doch einfach nur... Nein, es geht nicht. Das verstehst du nicht. Oh, klar. Ich bin ja auch nur der dumme Hund, der nichts kapiert. Sei nicht eingeschnappt. Alle sind gerade irgendwie sauer auf mich. Ossa nicht. Ihr redet dann dauernd von dir. Und ihre Stimme klingt aber immer so, Nils, oh Nils. Und sie lächelt dabei immer so. Genau wie du gerade. Ossa würde sich sehr freuen, wenn du mit nach Hause kämpfst. Sag ihr nicht, dass ich ein Wichtel bin, ja? Ich geb ihr das. Mit wo, Alfred? Dich krieg ich auch noch. Alfred! Da bist du ja. Oh, hast du mir was mitgebracht? Die ist ja schön. Wo hast du die denn her? Von Clement? Nilia? Nils. Vorsicht, Sina. Wir brauchen noch viel mehr Holz. Und die Scheune ist auch noch nicht gestrichen. Und die Wintersatt ist auch noch nicht draußen. Und der Schnee kommt auch bald. Tut dir der Rücken wieder weh? Ohne ich ein bisschen aus. Komm schon. Wir schaffen das nicht alleine. Wenn Nils da wäre, könnte er wenigstens mit anfassen. Aber so? Ja, komm zurück. Ich weiß es. Gut, mein Leid, Sina. Gut, mein Leid, Sina. Hallo, Ock. Lust auf Lüfenzahn? Du mein Leid, dass sie vorhin so blöd war. Du kannst ja nichts dafür. Dafür, dass ich... Schon okay. ...an Wichel bleiben muss. Dafür, dass ich mit Martin Streit hab. Und dafür, dass ich Osa nie wiedersehen werde. Wer ist Osa? Ein sehr nettes und sehr hübsches Mädchen. Und sie fährt morgen zurück in den Süden. Aber du bleibst bei uns, oder? Ja. Heute Nacht hab ich ganz komische Geräusche vor meinem Zelt gefühlt. Als ob sich jemand angeschwischen hätte. Es war bestimmt ein Troll. Ein Troll? So ein kleines, war gut zu... Hallo. Was hast du denn da? Ich bin mir ziemlich sicher. Die ist von Nils. Du kannst so lange bei uns bleiben, bis du deinen Nils gefunden hast. Ich muss nach Hause. Meine Eltern machen sich bestimmt längst riesige Sorgen um mich. Weißt du, es gibt so viele Kräuter hier in Lappland. Aber keins, das gegen Liebeskummer hilft. Vielen Dank. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Osa. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. UNTERTITELUNG Rosa! Hier unten! Nils! Nils, endlich zeigst du dich mal! Bist du wirklich wegen mir den ganzen Weg von Schuhen hergekommen? Ja, ich wusste ja nicht, dass ich so weit reisen muss, um dich wiederzusehen. Was ist mit dir passiert? Du bist... Ein Wichtel, ein Gnom, ein Däumling. Ist halt so. Und wie es aussieht, wird es wohl auch so bleiben. Nils, es tut mir leid, dass ich gesagt habe, dass ich dich nie wiedersehen will. Ich habe dich so vermisst. Du fährst morgen zurück? Ja, woher? Alfred hat es mir gesagt. Alfred? Du meinst, du verstehst ihn? Du kannst mit ihm reden? Das ist einer der Vorteile, wenn man als Wichtel leben muss. Du musst mir auf unserer Rückreise alles erzählen, was du erlebt hast. Ich werde nicht mitkommen. Wieso denn nicht? Es geht nicht, so gern ich auch würde. Nils, ohne dich fahre ich nicht. Deine Eltern vermissen dich sicher. Ach, und deine Eltern? Das ist was anderes. Die dürfen mich auf keinen Fall so sehen. Das würden sie nicht verkraften. Bitte versprich mir, dass du ihnen nicht sagst, dass ich so klein bin. Du darfst es niemandem sagen. Wenn ich nicht zurückfahre, kann ich es auch niemandem erzählen. Bitte, Ossa. Du musst zurück. Und ich kann dich zurück noch schon. Ich mag dich immer noch genauso, wie früher Nils. Wirklich? Ich dich auch. Ich muss gehen. Es gibt noch jemanden, um den ich mich kümmern muss. Äh, ein Mädchen? Nein, nein. Ein kleiner Gänse-Junger. Er ist Dorko und schläft nicht ein, nur Gute-Nacht-Kuss. Der hat's gut. Wir werden uns wiedersehen. Das weiß ich. Kürzel-Geräusche. Ich bin froh. 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 Du hättest mir ja ruhig mal sagen können, dass du die ganze Zeit mit Nils geredet hast. Oh. Gute Nacht, Alfred. Danke. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Du bist immer willkommen. Tschüss. Vielen Dank für alles. Ich drücke dir die Daumen. Sie werden uns wiedersehen. Ganz bestimmt. Ganz gut. Und los. Bitte. Geht's. 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 Jetzt ist Schluss. Du legst dich jetzt hin. Wir gehen jetzt rein und du legst dich hin. Die Tage wurden wieder kürzer und der Sommer neigte sich dem Ende entgegen. Die Gänzchen hatten allmählich so große Flügel bekommen, dass die Reise gegen Süden unternommen werden konnte. Einige Dinge aber sollten sich nicht mehr ändern. Mama! Hallo Mama! Ich schaff das nicht. Es ist zu fein. Doch, das schaffst du schon. Das kriegst du schon hin. Ich glaube, das werden wir alle schon. Ein weiterer Sommer ist vorbei. Für mich war es der schönste von allen. Nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Übermorgen fliegen wir wieder zurück in den Süden. Soll ich euch wirklich nicht begleiten? Corgo, mein Sohn, du gehörst in die Berge. Geh und such dir eine Frau. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Pass auf dich auf. Mama! Wir werden in den ersten Tagen häufiger Rast machen, bis ihr euch an das Fliegen gewöhnt habt. Geh los! Schaffst du das? Quinn, bitte. Kinder, bleibt in der Nähe. Es geht jeden Moment los. Nils, Nils, bevor wir losfliegen. Ich will nicht mehr, dass wir Strahlt haben. Wenn du willst, dann können wir dich ja in Schonen absetzen. Was meinst du? Schon gut, Martin. Manche Dinge lassen sich eben nicht ändern. Wenn du mit deiner Familie in Freiheit leben willst, dann werde ich ja im Wichtel bleiben und mich hier in Lapland alleine durchschlagen. Achtung! Alle auf Startposition! Kommt ihr jetzt endlich? Quinn. Quick. Ock! Sme? Ock! Quick! Quick! Schnell! Ock! Komm! Schnell! Los, los, da! Schnell! Du rüst dich nicht vom Fleck, ja? Nein! Quinn! Lass los! Na, bedanker ich bei Nils. Nein. Ein schlimmes Unglück ist geschehen. Unser Mitgefühl gilt Martin und Daunenfein. Ock und Quick. Und natürlich auch unserem Freund Nils, der zur Familie gehört. Aber wir müssen auch an den Fortbestand der Art denken. Wir müssen in den Süden aufbrechen. Sonst holt uns der Winter ein und wir müssen alle sterben. Ich, Nils Holgersohn, schwöre euch. Ich werde es mir befinden und zur Strecke bringen. So, kommt, Beeilung. Wir müssen heute noch fertig werden. Warte mal! Weinst du? Ich, Nils Holger, UNTERTITELUNG Alpid, bitte schnell! Alfred. Frau Sain. Frau Sain. Oh, Papa. Dann schlaf mal gut, mein kleiner Großer. Ich hab noch was zu erledigen. Du kommst aber schnell wieder, ja? Und bringst du mir wieder Löwenzahn mit? So viel ich für dich tragen kann. Und jetzt mach die Augen zu. Du musst noch viel schlafen, um morgen die lange Reise durchzustehen. Hörst du? Nils, komm doch zu uns. Tja, ich muss gehen. Was heißt, du musst gehen? Wohin denn? Zu Smirra. Ich kann ihn spüren. Er ist hier in der Nähe. Ich komm mit, das ist ja wohl klar. Nein, Martin, du kannst nicht mit. Ich muss aber. Er hat unseren Sohn umgebracht. Aber wir brauchen dich. Du musst uns beschützen. Ohne dich wird es für die Kinder schwer zu überleben. Unabgesehen davon. Weiß ich nicht, wie ausgerechnet du mir dabei helfen setzt, Smirra zu besiegen. Was meinst du mit ausgerechnet ich? Jetzt mal ehrlich, Martin. Du bist ein netter Kerl und so. Aber ein guter Kämpfer warst du noch nie. Und wenn du mich fragst, wüsst du das auch nie. Aber... Aber Nils... Nee. Nee, ich hab wirklich keine Lust, auch noch auf eine fette Hausgans aufpassen zu müssen. Während ich im Leben und Tod kämpfe. Fette Hausgans? Das denkst du also von mir? Nach allem, was ich für dich getan habe? Tja, so ist es nun mal. Gut, dass wir das geklärt haben. Aber keine Sorge. Die fette Hausgans wird dir nicht mehr im Weg stehen, Kleiner. Nie mehr! Danke, Nils. Das werde ich dir nie vergessen. Falls ich nicht wiederkomme, sag bitte Martin, dass er mein bester Freund war. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, Mowulf. Wie immer. Bleibt ja alles an mir hängen. Ich will doch nur wissen, wo das Müll gerade ist. Ich will da nicht in irgendwas hineingezogen werden. Ich sag's doch nicht weiter. Nee, nee, das ist mir zu heiß. Ich weiß von nichts. Sondern der so blind ist wie du, auch wissen, wo Smirre ist. Boah, was weißt du schon? Wir haben ein Maulwurstnetz, das zieht sich durch den ganzen Waldboden. Wenn einer weiß, was da oben los ist, dann wollen wir Maulwürfe. Das kann ja jeder sagen. Ah ja? Zufällig weiß ich, dass Smirre vor dem Sonnenuntergang am großen Steinpilz war. Und wo ist der? Richtung Norden. Genau 785.381 Schritte. So weit? Maulwurfschritte. Ach so, danke. Hey, von mir weißt du's nicht. Klar? Halt! Stillbleiben! Komm doch her, wenn du dich traust. Ich mach dich platt. Ich versuche Konflikte zu vermeiden, wo immer es geht. Du lässt die Hühner in Ruhe. Ich schwöre dir, ich krieg dich, Fuchs. Ich würde ja gerne weiter plaudern, aber ich bin zum Essen verabredet. Du entschuldigst. Du entschuldigst. Bleib stehen! Nicht meine Hühner! Halt! Das wird den Bauern gar nicht gefallen. So, die Salbe wird helfen, Stina. Mach deinem Mann hiervon heiße Umschläge und leg's ihm auf den Rücken. Wie viel kostet das denn? Drei Kronen. Hier, nimm. Das kann ich nicht annehmen. Doch, das kannst du. Du hast es schwer genug. Dein Mann ist krank, dein Sohn ist weg und die Ernte wartet. Danke. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn das eigene Kind verschwunden ist. Ich kann's immer noch nicht fassen. Aber weißt du, wo Ossar war? Oben in Lapland. Ach ja. Einfach so. Ich geb die Hoffnung nicht auf, dass Nils wieder zurückkommt. Wenn ich nur ein kleines Zeichen hätte, dass er noch lebt. Danke für die Salbe. Alles Gute. Frau Holgersohn. Frau Holgersohn. Frau Holgersohn. Ich wollte Ihnen nur sagen, geben Sie die Hoffnung nicht auf, dass Nils zurückkommt, ja? Ich glaube, es geht ihm gut. Was redest du denn da? Ich kenne Nils. Bestimmt will er sich nur mal ein bisschen die Welt anschauen oder so. Ossar, hast du Nils gesehen? Sag schon, bitte. Ich, ich musste ihm versprechen, nichts zu sagen. Ossar, es ist ganz egal, was du versprochen hast. Du musst mir jetzt alles sagen, was du weißt, ja? Nils ist mit den Gänsen mitgeflogen. Er ist ein Wichtelmännchen. Du hast wirklich eine große Fantasie. Ossar. Sie glauben mir nicht. Er wird zurückkommen. Halt! Stehen bleiben! Oh! Ich dachte, es wäre schon wieder dieses Mistvieh. Mein Herr hat mich hier angekettet, damit ich auf die Flasche schreie. seine Hühner aufpasse. Und nun verprügelt er mich jedes Mal, wenn mir dieser Fuchs wieder die Hühner vor der Nase wegstiehlt. Der Fuchs? Meinst du Smirre? Smirre? Nie gehört. Na, der Fuchs. So einer verschlagenen Fratze. Mit so einem fiesen Grinsen. Ja, das ist er. Und ich konnte nichts gegen ihn tun. Pssst. Ganz ruhig. Ruhig. Ich, ich tu dir nichts, ja? Ich komm jetzt zu dir. Ganz ruhig, ja? Ruhig. Übrigens, das mit Smirre. Vielleicht könnte ich da was tun. Oh ja, tut das gut. Ja, das magst du, oder? Weiter links. Ja. Ich werde ihn fangen, aber du musst mir dabei helfen. Wie, wie hab ich das vermisst? Du bist wirklich ein ganz netter. Wenn wir die Hühner verkaufen, dann können wir uns vielleicht einen Knecht leisten. Das kommt gar nicht in Frage. Die Hühner gehören zur Familie. Aber die Ernte... Außerdem haben wir gar keinen Platz, wo der Knecht schlafen könnte. Wir haben Nils Kammer. Wieso haben Sie das vermisst? Wieso haben Sie das vermisst? Ja... Kennen Sie einen Nils Holgersson? Wir sind alte Freunde. Warum? Dann haben Sie eine Nachricht. Ach ja? Ich warte auf dem Bauernhof auf dich. Punkt. Nils H. Punkt. Ich kann es kaum erwarten. P.S. Punkt. Zwölf Uhr mittags. Dieser verdammte Fuchs weiß H genau, wie weit die Kette geht. Er wird erst aus seiner Deckung kommen, wenn er mich außerhalb dieses Bereichs erwischen kann. Und dann bist du dran. Und dann kann ich rausrennen und mir Smirre schnappen. Für Smirre sieht es so aus, als würdest du noch an der Kette hängen. So ist der Plan? Genauso. Ich will Teufel. Wuferlos muss nicht mehr aufrunden. Danke. Das sind conserveió. Mais vonине rapper. Danke. 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 Warte, sag mal ein Zeichen. War das noch mal ein Zeichen? 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 Was hast du bezahlt für das, was du uns angetan hast? Glaubst du wirklich, dieser alte Köter könnte dir helfen, Junge? Bis der hier ist, habe ich dich doch schon aus der Reichweite gebracht. Dann kann er zuschauen, wie ich dich verspeise. Meinst du ja? Weißt du, normalerweise ist es nicht persönlich gemeint, wenn ich jemanden frisse. Aber bei dir mache ich da eine Ausnahme. Jetzt, da bin ich! Du wolltest mich wohl reinlegen, was? Ich bin fest! Sag, warte! Die Kette hat sich verhakt! Die tapfere Hausgans möchte auch gefressen werden. Und jetzt bist du dran. Ich krieg dich! Hallo, Misha! Halt dich da raus! Das ist eine Sache zwischen mir und Nils. Die toten Hühner sind eine Sache zwischen dir und mir. Mit dir rede ich nicht. Martin? Martin! Steh doch auf! Den blöden Fuchs habe ich es gezeigt, was? Martin! Nicht schlecht für eine fette Hausgans. Du bist der allerbeste, Martin! Du bist ein Held! Au! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ich glaube, da hat er mich gebissen. Hier, da, da, da! Daraus kann man eine Tiktatur machen, die ihrem Mann die Schmerzen lindert. Hast du das von deinen Eltern gelernt? Nein, von einem Freund aus Lappland. Er heißt Clemen. Nils kennt ihn auch. Schön, du ne Kette, was? Und wie! Endlich frei! Und was machst du jetzt? Ich werde herausfinden, wie der Rest der Welt riecht. Es gibt bestimmt noch so viel zu entdecken da draußen. Blöde Kette! Viel Glück! Ich danke, Nils. Wie die Bauern wohl ihren neuen Kettenhund finden werden? Ich werde euch nie vergessen! Lebt wohl! Mischar! 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 Wir sind wieder da! Jetzt gibt's was zu fressen! Erik! Erik! Erik, schnell! Komm mal her! Das musst du sehen! Das darf doch nicht! Verdammt, diesmal fehlen fünf Hühner! Also, ich weiß ja nicht, wer dich an die Kette gelegt hat. Aber ich finde, ein Hühnerdieb wie du hat das auch nicht besser verdient. Ja! Unsere Held! Bravo! Bravo, Nils! Wow! Gut gemacht! Nils Holgersson! Sie an, sie an! Die Hausgans und der Wichtel! Habt ihr endlich mal was für die Gruppe getan! Ich geb's jetzt! Bravo! Hier ist unser Held! Ja! Bravo, Frau! Ja, ja, das war gut! Das hab ich doch gesagt! Ich bin stolz auf dich, Nils Holgersson! Nils Holgersson! Das ist unser Held! Komm ich ungelegen? Mein Gott, wissen Sie immer hinter meinem Rücken. Was gibt's denn, Herr Vormula? Es gibt Neuigkeiten. Hoffentlich gute. Nils Haarpunkt ist auf dem Weg nach Süden. Gut. Er hat einige Fortschritte gemacht. Smörre besiegt, Gänsevater geworden, Wache gehalten, ETC, PP. Gut, gut, gut. Aber auch? Freunde verraten, mit Martin gestritten, Acker enttäuscht. Oh! Kommen wir zum Punkt. Nils und Martin müssen bis spätestens zur Tag- und Nachtgleiche hier auf dem Holgersammhof angekommen sein. Andernfalls? Andernfalls verliert der dort arbeitende Kobold, das sind Sie. Ein für alle Mal seine Zauberkraft und wird ersetzt. Ach ja, und Nils Haarpunkt wird für immer ein Wichtel bleiben. Ja, aber wenn es doch ein guter Junge geworden ist. Punkt A ist sein Charakter, Punkt B der Zeitfaktor. Wer denkt sich denn sowas immer aus? Ich mache die Vorschriften nicht, ich überbringe sie nur. Aber wenn Sie sich beschweren wollen, dann verwenden Sie bitte diesen Vordruck und diesen und diesen. Bitte alles in dreifacher Kopie einreichen. Und dann hat sich dein Papa dem bösen Fuchs einfach so in den Weg gestellt. Dein Papa, das ist ein richtiger Held. Quick, wenn du das den anderen erzählst, dann sind sie endlich still mit meinem Papas über so viel Wasser geflogen. Und meiner macht zehn Loopings hintereinander. Ja, die werden Augen machen. Nils, Nils, können wir dich mal kurz sprechen? Na klar, was ist? Wir wissen ja, was dein größter Wunsch ist, dass du wieder ein richtiger Mensch wirst. Weißt du, da dachten wir, mein Schatz und ich, dass wir mit dir zum Holgersohnhof kommen. Das sind wir dir einfach schuldig. Danke. Ihr seid echt eine tolle Familie. Meine Familie. Aha. Glückwunsch. Ich habe gehört, du hast Zmirre besiegt. Ja, da hast du richtig gehört. Bin gespannt, ob du auch den Zauber besiegst. Ja, das habe ich vor. Aber ob du es rechtzeitig schaffst. Bis zur Tag- und Nachtgleiche. Danach hat der Kobold seine Zauberkraft verloren. Wann ist die Tag- und Nachtgleiche? Nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag? Ach, du weißt, dass ich keine Bucheckern mehr esse. Kannst du fragen? Nein! Alle mal herhören. Wir fliegen morgen weiter. Und bitte unterstützt Martin und lasst ihn abwechselnd in eurem Windschatten fliegen. Geht das? Ich schaff das schon. Ich bin schon wieder fit. Danke. Danke. Danke euch allen. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin schon wieder fit. Ich bin schon wieder fit. Ich bin schon wieder fit. Wie lange das passiert? Ich bin schon bald in der Südkarte. Gibt es noch? Wir schaffen es sonst nicht. Wir machen Rast. Ach Gott sei Dank. Wir machen jetzt so lange Pause, bis alle wieder fit sind. Aber wieso denn? Ich kann nicht... Sei vernünftig, Martin. Es nützt keinem, wenn du tot vom Himmel fällst. Aber Nils hat gesagt... Wo ist er überhaupt? Wer bist du denn? Nils. Nils. Nils, Herrgotton. Ich dachte eigentlich, Hauskobolde wären alt und grau und hätten komische Hütte auf. Ich bin ein ganz normaler Junge. Aus Schonen. Wie wär's mit einem belegten Brot? Und dafür erzählst du mir die Geschichte, wie jemand wie du aus Schonen hier auf meinen Bauernhof geraten ist. Das interessiert mich sehr. Nils. Komm doch endlich da raus. Martin wäre fast für mich gestorben. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt noch schaffen. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen warten, bis Martin sich wieder etwas erholt hat. Ihr steckt hier also fest. Weißt du, ich soll nämlich ein Buch schreiben. Ein Schulbuch. Über Schweden. Kann ich deine Geschichte verwenden, Nils? Na klar. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Selma. Selma Lagerlöw. Und, alles wieder okay? Was? Was? Ja, natürlich. Natürlich kann ich. Ein Frühプiker. Hui! Harry. Ent dental. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Heute ist Sonntag. Tag- und Nachtgleiche. Wir schaffen es noch. Nils, hat dein Vater ein Gewehr? Ja. Dann kann ich mit dem Schwarm nicht näher an den Hof fliegen. Wir müssen uns beim Fischteich treffen. So, meine Lieben. Gleich werdet ihr sehen, wo ich herkomme. Ich bin so gespannt. Total interessant. Aha. Aka. Wenn der Zauber funktioniert und ich wieder groß werde, dann... Ich wollte mich für alles bedanken, was du für mich gemacht hast. Du musst dich beeilen. Du hast keine Zeit. Wir werden nie wieder miteinander reden können. Aber du hast mich doch verstanden. Du bist ein guter Junge geworden. Und jetzt verschwinde endlich. Ola, was ist? Nimm du. Die Salbe hat prima geholfen. Schau. Hier. Hier. Eine Unverschämtheit ist das. Wenn Sie sich beschweren wollen. Ich will mich nicht beschweren. Ich habe ein Anrecht auf Arbeit und auf meine Wohnung. Darüber habe ich nicht zu entscheiden. Da könnte der Schrank hin. Was fällt Ihnen überhaupt ein, diesen jungen Schnösel hierher zu bringen? Also jetzt werden Sie aber unsachlich. Die Innung hat darauf bestanden, Ihren Nachfolger Poldi unverzüglich zu installieren. Dort hält man sehr große Stücke auf ihn. Obwohl er mit seinen 211 Jahren natürlich erst am Beginn seiner großen Karriere steht. Noch habe ich Zeit. Ja, das passt. Noch. So, hier. Da. Da vorne habe ich immer gebadet. Und da wurde immer das Essen serviert. Das ist doch der Martin. Quatsch. Der ist doch tot. Oje. Ein Geist. Nein. Ich bin jetzt eine Wildgans. Eine Wildgans. Wo gibt es denn so was? Und das ist meine Frau. Daunenfall. Guten Tag. Martin. Der hat's zu was gebracht. Da habe ich gewohnt. Komm rein. Sieh es dir an. Was ist denn das für ein Lärm? Ja, ich habe das Geschnatter auch gehört. Das klingt wie... Martin. Martin ist wieder da. Und er hat noch drei Gänse mitgebracht. Hab man sowas schon gesehen? Martin. Mutter. Vater. Oh. Mann, ist der fett geworden. Heute gibt's Braten. Ich will ja nicht stören, aber ich glaube, du wirst gebraucht, Kobold. Wie siehst du denn aus? Ich glaube nicht, dass das jetzt die drängendste Frage ist. Ich bin doch ein Freund von Nils. Nils! Bitte! Kleine Jacke, kleine Hose. Plötzlich wird alles wieder groß. Ich schaff' mal nicht zu. Nils? Es hat geklappt. Nils ist wieder groß. Was wollt ihr denn noch hier? Raus aus meiner Wohnung. Die Innungsklampe. Der Nachwuchspreisträger soll sich hier nie wieder blicken lassen. Lalli, dalli, dalli. Keine Sorge, Martin. Wir werden dein Freund nichts tun. Danke, Martin. Es hat geklappt. Flieg! Los! Du bist frei! Schön, dass du wieder da bist. Mein Gott, bist du groß geworden. Ja, das kann man nur sagen. Ich sag's ja nicht gerne, Acker. Du hast unsere Wette gewonnen. Zufrieden? Nils ist ein guter Junge geworden. Ich wusste es. Ich finde, Weiß steht dir ganz ausgezeichnet, Bataki. Nie wieder, wette ich mit Acker von Käpt'n Kaisel. Nie wieder. Ich bin ein guter Junge. Da ist man, Nils, bis nach Lapland, nur um die Gänse wiederzufinden. Diese Frau Acker muss einen guten Einfluss auf ihn gehabt haben. Morgen, dann gleich wieder da. Was hat er nur mit den Gänsen? Wir werden wohl keine von Ihnen jemals schlachten dürfen. Nein. Schau dir das mal an. Da haben Sie einen Fuchs gefunden, der an einer Hundehütte festgekettet war. Der ist jetzt die Attraktion der Gegend. Die Bauern nehmen sogar Eintritt. Das wird dem Fuchs aber nicht gefallen, angekettet zu sein und von allen angestarrt zu werden. Verdient hat er es. Du meinst, es ist Mühe? Gut möglich. Mich wundert gar nichts mehr. Gestern habe ich sogar einen schneeweißen Raben gesehen. Schneeweiß! Schneeweiß! Danke, Acker. Ich habe so viel von ihr gelernt. Das werde ich dir nie vergessen. Martin, du bist der beste Freund, den ich hier hatte. Du hättest sogar deine Freiheit für mich geopfert. Aber jetzt, wo ich wieder groß bin, grüßt mir den Süden. Und pass auf euch auf, ich kann das ja jetzt nicht mehr tun. Ich kann das ja jetzt nicht mehr tun. Nichts davon, ja? Ich weiß ja, dass du es könntest, mein Großer. Ihr müsst jetzt los. Gute Reise. Und kommt mich nächstes Frühjahr besuchen, okay? Gute Reise. 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 Ich kann hier bleiben. Nils und Orser sind ein Paar. Ich liebe Happy Ends. Fang jetzt bloß nicht an zu heulen. Nein, ich hab da nur was im Auge. Brock, was machst du denn hier? Du stures Gänsekind. Ganz ohne Gänse wird der Holger Sonnenhof dann wohl doch nicht bleiben. Der Tag versprach, wunderschön zu werden. Fast so schön wie jener Frühlingstag, wo die Wildgänse nach schonen gekommen waren. Kein Lüftchen rührte sich. Und der Junge dachte daran, welch eine schöne Reise übers Meer die Wildgänse bekommen würden. Die Wildgänse Wir sind wild, wir sind frei. Du erlebst Abenteuer und die Welt fliegt vorbei. Nur der Mutige wird vom Schicksal belohnt. Komm mit uns auf die Reise. Nils Holgersohn Komm mit uns auf die Reise. Nils Holgersohn Komm mit uns auf die Reise. Klingn Vielen Dank.